Für immer von den bösen Onkels, ihr benötigt folgende Akkorde. E-Moll, D, C, C7 Major, H-Moll, A-Moll, und G. Für die Rhythmik der rechten Hand schlage ich euch folgendes Rhythmusmuster vor. Und zwar pro Akkord macht ihr insgesamt 2 mal 8 Schläge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und bei Zählzeit 2 und 3 macht ihr einen Luftschlag. Also nehmen wir uns einfach mal das E-Moll. 1, 2 und 3 durch die Luft. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Probier das mal. Das Lied beginnt mit E-Moll und einem Schlagzeug-Break zuallererst. Die Zeit steht still. Ich denke nach über dich und mein Gefühl. Ich hab dich lange nicht gesehen, bis es das war nicht leicht. War es für immer. War es besser für uns beide? War wir auf der Flucht? Sollte es so sein, war es zu intensiv? Oder war es mir nicht so weit? War es die Erlösung? Der Weg ins Feier? Der Wind des Schicksals? Oder du darfst nicht verzeihen? Wie konnte ich so blind sein? Doch ich glaube, ich kann sehen. Hat Gott auf mich geschissen? Oder warum ließ ich dich gehen? Wieder störe ich, wie Jesus singt. Ist schon lange nicht mehr hier. Sag mir, was hast du getan? Ich bin ja nicht mehr auf die Flucht. Das war der Himmel und die Halle. Was für uns gaben, wir spielten mit dem Feuer, unsere Tiefen sind die Dame. Mein Traum ist kein Versprechen, denn wir sind ziemlich hoch geflogen. Ging es um die Sterne, oder haben wir uns belogen, der Sprung ins Leere? Die Angst vorm Falle, das Erkippen des Feuers, das Sterben der Flammen. Wohin sind unsere Wege, wo bist du in diesen Tagen? Ich kann dich nicht vergessen, ich rufle dein Name. Wie konnte ich so blind sein, wie konnte ich glaube nicht ansehen? Hat Gott auf mich geschissen, oder warum ließ ich dich gehen? Widerstehe ich mit diesem Sinn, du bist schon lange nicht mehr hier. Sag mir, was hast du getan, denn mein Licht bleibt immer noch mit mir. Widerstehe ich mit mir. Warst du auf der Flucht, sollte es so sein? Warst du intensiv, oder warst du nicht so weit? Warst du die Erlösung, der Weg ins Freie, der Wind des Schicksals, oder nur das Licht verteilt? Wie konnte ich so blind sein, wie konnte ich so blind sein? Wie konnte ich so blind sein, und ich glaube nicht ansehen? Hat Gott auf mich geschissen, oder warum ließ ich dich gehen? Widerstehe ich mit diesem Sinn, du bist schon lange nicht mehr hier. Wieinqu ahm. Wie funktioniert ich mit diesem Sinn, du bist schon lange nicht mehr hier. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018